da kommt man aus dem bad wieder und hat ein husker in der mitte ist wunderschön und nico offline nein die wollen meine acht siegesserie heute unterbrechen was soll denn das ist doch scheiße nico offline sicher okay dann ziehen wir es halt durch okay wenigstens eine dual offline ist schon mal besser freddy nix da verabschiedet sich ja dann ciao freddy bis zum nächsten mal was nehme ich denn damit gegen patsch ricky crystal maiden tiny muss aber jetzt nicht sein wie gerade was hast du jetzt hast du irgendwas wir haben eigentlich schon einen ganz guten klick mit haska für ajo also was soll ich nehmen und hinter den dank ricky hat okay komisch troll crystal maiden kreis tv ist nicht schlecht man was irgendwie ein geistesblitz ich bin gerade ein bisschen troll ich glaube ich nehme x ehrlich gesagt gegen das team und wir haben sonst wir haben genug damage mit weaver der husker und kann funktionieren auf jeden fall gefällt mir eigentlich ganz gut könnte sogar eventuell in der mitte starten je nachdem gucken gleich mal ich bin jetzt schon ausgerüstet für top lane kann man jetzt auch nicht mehr ändern das stimmt nein danke 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 für den vorschlag jetzt möchtest du nicht dass ich jetzt die ajo spiele wie lane die das denn korb in der mitte patch off lane halt okay patch off lane im ricky eventuell ich habe nichts gesehen dass er die gekauft hätte kannst auch oma anfangen ja nichts gegen was nicht ich fange mal oben an und wenn du vorne bist dann aber ich wahrscheinlich auch xx okay gegen die spinne wie mache ich das ich mich trotzdem pummel schielt mit okay dann mache ich ach ich vertraue dir mal ich vertraue dir wahrscheinlich auf der off lane sein ja sie machen patroaming in ricky offline patsch ist da wahrscheinlich wird der ricky auch auf mir jetzt wieder ricky wahrscheinlich auch ja bettelung first der steht hier Ja, das hier. Kann jemand einen Wort place? Sandring. Ja. Atleast einen Wort, bitte. Ja. 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 Hat er einen Sentry dabei? Nope. Boah, wenn du der mit 2 wirst, dann geht der mit so hart. Ja, das war nicht die beste Entscheidung aller Zeiten. Das war gar nicht die beste Entscheidung aller Zeiten. Ich dachte, der kommt weiter nach vorne. Schack, war ich nicht schnell genug. Okay. Sehr schön, der Hook ist raus. Ich habe Counter Helix. Ich fange mir mal die Rune. Ja. 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 Ach, komm. Wo ist denn der, wenn man her? Ich hole noch, was ist der Sentry mit. Ja. 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 Great. Ja. Ja. Ja, vielleicht gar nicht die beste Entscheidung seines Lebens gewesen. Ich lass dich mal hinein. Ja, das geht ihm ganz gut. Ich hab ja auch schon mal einen Ring of Health, von daher. Okay, jetzt fielen sie hier nach oben. Boah, wir haben ein bisschen verschätzt, die guten Boys. Boah, wir haben ein Vanguard als erstes fertig. Habe ich auch mal einen Culling Blade. Ja, ha ha ha. So nicht. Oh, nein. Okay, jetzt haben sie den Troll hier nach oben geschickt. Warum auch immer. Wow. Ich brauche meine Bottle. Ich brauche noch 20 Mach, dann hatte ich meinen Banker. Der Troll ist oben, da wenn du wieder auftauchst, dann könnte man nämlich ein bisschen angehen. Wir stellen noch ein Center in der Mitte. Ich stehe eigentlich auch ganz gut da. Ich glaube der Riki ist da jetzt ständig. Oh, viel Experience, das muss ich mir noch holen. Wer macht das? Der macht keinen Schaden am Banggood. Wie sieht denn das gerade so komisch aus? Wie? Was ist denn, das ist jetzt so eine Illusion. So durchsichtig. Bei mir. Nein, nekro, nekro. Ja, ich habe Ulti. Ich habe alles ready. Wir können aber jetzt diven eigentlich. Okay. Ich brauche mir die Rune. Dann sollte ich mal ein Bottle haben. So. Nice. So Mana könnte ich schon gut gebrauchen. Ja, ich kriege leider nur einen Bottle Charge, wenn ich sie von da ums... Vielleicht wenn er nach vorne kommt, der Kollege nochmal... Vielleicht wenn er nach vorne kommt, der Kollege nochmal... Da kommt der Hund vom Wisdom. Nice Pudge is going mid Pudge is coming I can maybe help you Nevermind Pudge is coming So Kaijutsu überlegt sich grad einen Rang Den Twitch-Shightner-Rang So, was zum Ende da? Vier mit Was ist da? Dann push ich oben Ja Dann push mal hier oben Schon langsam kann ich anfangen meine Helden zu spielen Sehr schön Hm Das ist doch ein bisschen gefährlich jetzt Haben sich die Mitte grad weg bewegt Abschiede ich mich hier mal Abschiede ich mich hier mal Ich brauche jetzt noch einen Blinkdecker Ich brauche jetzt noch einen Blinkdecker damit ich hier angehen kann Ja Dann können wir mal gleich ähm Was machen Relocaten Ja Ich bin bereit Ja Dann nehmen wir mit Was Was? Was? Not yet Jetzt hab ich natürlich keinen Sentry mehr Ja 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 Okay Ah Warum die Biel denn? Ich dachte der rennt weg Feige Sau So Mach ich erstmal die Power Threads fertig wahrscheinlich und dann gibt es Blade Mail Ja Dann mach ich erst Blade Mail und dann vielleicht später sogar auf Traveled oder sowas Ja Gefarmter Axe Ein großer Spaß Okay, lass mal zur Mitte Ich weiß natürlich nicht wo der Rikki halt ist. Unten ist Troll unterwegs Bist du in dir, Sirs? Ja Ha ha! Lass Rikki, mach dich selbst! Und Das sieht nicht so gut aus für euch Jungs Das sieht nicht so gut aus für euch Jungs Nein, warum konnte ich hier nicht? Earn me, earn me, earn me, earn me Earn me Nooo Ja Erhörte er sich mal selber, oder? Äh Jetzt hat er Neun Earn Charges und keine Neun Achso, nutzt den nicht? Gar nicht Geht natürlich auch Wenn du verwertest dich auf sich selbst Ziehen Ja, dann Ich mach es auch eine Blade Mail, jetzt mach mal so Ja, könnte er mal was abgeben von, aber ist da nicht so ein Fan von anscheinend Ich stehe sie am Ende raus, Rikki und draußen ihr das Zweierteam Hä 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 Oh, Rejen. Oh, wollen wir wen killen? Von mir aus können wir auch irgendwo hinnehmen. Oben, oben hier ist der. Ich warte auf die nächste Wave, aber. Okay, sehr schön. Wir haben den Blade-Man mal fertig, oh sorry. Egal, wir stay voll. Nicht egal, wir hätten mitgehen sollen in 5 Sekunden. Okay. Ich lasse dich da. Nice one. Läuft. Läuft er. Schön. So. Blade-Man ist auch fertig. Kali zu ihr. Schöne Ingisruhne für dich da. Yay. Jetzt machen wir mal eine Blade-Mail. Sehr schön. Dann können wir in der Mitte mal Action machen. Blade-Mail ist ready. Wir müssen aufpassen hier. Ja, genau. Ups. Ach. Na ja, im Endeffekt. Wir müssen aufpassen hier. Ja, genau. Ups. Ach. Ich bin wieder auseinandergenommen. Ja. X wäre echt ein richtiges Ding. Der Pick klappt ja super, ja. Und der Landing-Case super geklappt, weil es ein bisschen absehbar war und so haben sie können ja auch nichts machen. War er da unten? Der Troll läuft weg von mir. Ups. meine blöde kopf steht nein Waren sie alle im Smokestream, mein Klinkdecker war noch deaktiviert. Ich glaube ich hol mir einen Lotus Orb als nächstes, ein bisschen shitlos werden. Die Körper hat gar nicht geultet in der letzten Fight, was da denn los? Wenn sie mich vielleicht nicht erwarten... Kram irgendwie kommt ihr nach unten, super ist das hier. Jetzt geht die nach oben, die blöde Quorp, ey, ich werd bescheuert. Wo wirst du bescheuert? Ich bin so unvorsichtig, ich könnte da einfach hin, wenn ich einen TP jetzt wieder ready hätte, dass das nicht auf Cooldown wär. Ich dachte das wäre zu offensichtlich, dass die da oben sich den T1 nicht trauen. Aber ne, dem doch wurscht. Eigentlich schon in der Mitte stattdessen jetzt. Der Troll ist unten, kann ich so auf den Troll machen. Auch nen Creepwave. Nicht da hingehen. Nein, meiner! Da freut es sich gewiss. Super. So, ich mach jetzt meinen blöden Lotus-Orb fettig. Und nach Travels. Und nach Travels. So. So. Nein, nicht das angreifende Depp. Die hier. So. Ach man, jetzt gehen sie alle weg da, die Pfeifen, ja. Ach man, jetzt gehen sie alle weg da, die Pfeifen, ja. Ups. mit weaver get an easy kill here nice patschank da uns ein rum, der will mich ja da rauszucken die können wir noch ein bisschen baiten, die jungs ah fuck it sehr schön und 25 hp regen, das ist doch sehr nice 10 level, 20 talent ja das ist sehr ordentlich ax ist nicht bereit ja 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 Schlimm. Blade maybe there ready is? Nein! Kann nicht mein Ulti-Range. Na, der stirbt doch noch. Na, ne, doch nicht. Kann nicht, kann dann... Zu viel HP. Ja, aber echt nicht. Aber er sieht doch gut aus. So, die Denklinge jetzt. Und der ist auch weg. Ja, der Twitch hat war etwas skeptisch mit meinem Ex-Safe-Lane-Pick. Aber hat hervorragend geklappt. Das habe ich in letzter Zeit... Es gibt einige so, diese... Wenn man halt die Lanes ein bisschen komisch sind, diese starken Off-Laner, sowas wie manchmal auch Legion-Commander halt. Manchmal sowas tatsächlich wie in Erbidden und Omni-Night sogar, wenn du den so ein bisschen halt Solo-Safe-Lane spielst. Oder auch manchmal als Solo-Safe-Lane. Können die so stark sein, wenn die ein bisschen klar bekommen. Können gut funktionieren. Da kannst du halt... Da können die manchmal so im Mid-Game nichts gegen machen. Und Axe galt auch gerade mit dem Team, weil die genug sind die Target-Damage haben. Mit Weaver, Husker und, äh, Negro. Das ist halt bis ins... Spätisch-spätisch-spätisch-spätisch-spätisch-Eight-Game. Ach, leck. Guter Trade. Wow! Warum isst die da? Warum isst die da? Was macht die da? Warum ist das? Ah, geil! Das war's für heute. Der ist Aegis. Der Troll geht auf mich. Der Troll geht kaputt. Die Arme kriegst du mir eben. Der Troll geht nicht mehr Top-Barracks für sie. Manno! Irgendwann slowt einen da immer das Aegis. Blinkt der gar irgendeine Scheiße. Was ich für immer. Das ist furchtbar. Ja und ich sterbe meistens dabei. Mann, dass die immer mich silenced, die blöde Sauen. Muss ich immer noch das loslaufen und dann ist der schon tot. So ein Faggen. Drei, zwei, zwei. Das hab ich jetzt schon wieder für den Schlag sind. So. Oh mein Mann. Ich bin meistens tot, aber es hat Spaß gemacht. Sehr schön. Sehr, sehr coole Spiel. Ich bin meistens tot, aber es hat Spaß gemacht. Ach, das war schön. Das war doch schön. Na, der Expekt gut. Gut geklappt. Du kriegst wieder einen Tipp. Da bist du... Dokumenten darf ich dich immer noch nicht. Dann halt nicht. Wollen wir noch ein Spiel machen? Wie spät haben wir es? 20... nee, 10 vor 12. Ich glaube, ich gehe ins Bett. Ich hatte ja auch überlegt, dann... Ach, das passt auch. Kannst du noch ein Solo machen? Ja, mal gucken. Mal gucken, ob ich noch ein Solo mache. Ich werde eine kurze Pause machen auch. Und dann... Dann gehe ich mal kurz in mich und dann überlegen wir mal. Aber hat echt viel Spaß gemacht. Die Spiele waren ziemlich super. Ja, war cool. Echt nett, ja. Die ging ganz schön ab. Deswegen... So, gucken wir mal morgen, oder? Ja, morgen, ich bin sicher. Ja, schauen wir mal. Gut. Alles klar. Bis dann, ciao. Tschüss. Tja, und ich mache eine Pause. Und dann schauen wir mal, ob ich noch eine Runde mache. Guck mal. 10 Wins müssen voll gemacht werden, mein Chris. Mal schauen. Mal eine Pause.